Ja, ich bin Erik Engelhardt, ich komme von Hanze Rostock, habe zwei Jahre dort gespielt, bin 23 Jahre, Stürmer und bin jetzt seit drei Wochen hier. Was gab den Ausschlag für Energie Cottbus? Ja, ich hatte gute Gespräche mit dem Trainer, auch mit Maxi Zimmer und ich war im Vornein schon sehr beeindruckt, auch vom Gelände, von den Bedingungen her. Von daher war das irgendwie das richtige Gefühl, der richtige Schritt für mich und bis jetzt läuft alles gut. Was sind deine Stärken, was willst du einbringen bei Energie? Ja, das Physische, glaube ich, ist meine Stärke, dass ich das Körperliche hier einbringe, dass ich die anderen push, dass ich einfach Gas gebe und ich denke, das macht auch den Verein aus, dass der ein bisschen so ein Verein für jeden ist, dass wir zeigen, dass wir Gas geben für den Verein und ja, das sind so meine Eigenschaften. Mein linker Fuß noch, mit dem ich ein bisschen schießen kann, glaube ich. Das waren so die Stärken. Was erwartest du von der Regionalliga Nord-Ost dieses Jahr? Ja, ich weiß nicht so viel von der Regionalliga Nord-Ost. Ich denke, es wird eine harte Liga. Da hat man sehr viele gute Spiele, auch gegen gute Gegner. Du hast viel Tradition, viel Zuschauer in der Liga und aber auch viele, glaube ich, spielstarke Mannschaften, die du da drin hast. Von daher wird es eine ausgeglichene Liga, denke ich. Wir müssen einfach immer Gas geben, von Spiel zu Spiel schauen und dann der Rest kommt von selber. Was sind deine persönlichen Ziele für die Saison? Ja, Hauptsache wieder Spielen. Also die letzten zwei Jahre waren es nicht so einfach für mich in Nordstock, zwar persönlich schon, aber vom Fußball her nicht so. Deswegen nehme ich mir einfach vor, viel zu spielen, viel Gas zu geben, mit den Jungs viel zu machen und das ist so mein Hauptaugenmerk. Gibt es erste engere Verbindungen hier in der Mannschaft? Wer ist denn neuer Lieblingskumpel? Ich habe jetzt keinen Lieblingskumpel, sagen wir mal so. Ich habe viele gute Freunde hier. Mit Jonas Hildebrandt habe ich schon zusammengespielt. Mit Jonas Hofmann habe ich in Nürnberg gespielt. Also von da bin ich schon gut aufgenommen worden. Ein paar kenne ich so vom Seen oder habe ich vom Seen her gekannt, aber es sind alles tolle Jungs und von daher gibt es da gar keine Probleme. Wir wünschen dir eine tolle Zeit bei Energie. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020